So, herzlich willkommen zu Watch Dogs auf PC. Yay! Dann schauen wir mal, wie das auf dem PC so ist. Läretzäten, läretzäten, drum 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 Aaaa Okay, im in the lobby of the Merlot Alrighty, lets do it Im hacking in Oh, da ist die Spräbel nur auf Englisch Dann auch mal schauen, ob ich das ändern kann We got a nasty security system How much we got? 100 grand in 30 seconds God bless the rich and famous We are the modern day magicians Let's find it Shit, you're stealing the system I'm almost there I'm shutting down now Don't you touch a thing What the hell is that? We need to abort We are not done Help me Damien, it's over I'm disconnecting it I'm disconnecting you You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Got a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. I'll scare you. I'll scare you. You'll never hear from him again. What do you think, Maurice? Did you scare me? It was a dumb man. I didn't know. Boys, I'll leave the end of the call. Ich muss zugeben, ich habe da vorne nicht reingeschaut. Ich habe einfach Qualität eingestellt. Ich mache einfach mal zurück auf hoch. Also, hoch. Ohne aufnehmen war es ruckelfrei, aber mit, naja. Jetzt sind wir zurück. Audio und Sprache. Jetzt kann ich da jetzt nicht auf Deutsch setzen, oder was? Oh mein Gott. Oh, die Maus ist ein bisschen krass schnell. Und dann ist das noch mal ein bisschen krass. Ohne. 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 Jetzt sehe ich nichts zu meinen stellen. Ja dann. Give me a name. They never gave me a name. I'll tell you a name. Nina, Nina Pierce. I didn't know about any kids alright? Das sollte nicht passieren! Ich möchte Sie denken sehr vorsichtig. Denken. Schau, Mann. Selbst wenn ich einen Namen weiß, Sie können nicht mit mir sprechen. Diese Leute... Ich hörte historien, Mann. Sie sind wie nichts, die Sie nie gesehen haben. Sie müssen weg, Mann. Manchmal kann man nicht weg. Bitte! Bitte! Ich habe sie mit dem Telefon gesprochen. Ich habe sie mit dem Telefon gesprochen. Sie sagten, wann ich dich finden habe. Das ist alles, ich weiß, Mann. Das ist alles, ich weiß, Mann. Das ist alles, ich weiß, Mann. Gib mir einen Namen. Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, Mann. Die Maus ist komisch. Oh, ich bin doch ganz zu langsam, oder? Ah! Wie ist Ihre Erinnerung? Oh. 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 Komisch irgendwie mit der Maus. Cool. Gibt es hier sonst noch was? Was ist da? Uh. Geld. Sonst noch irgendwas? Na. Die Texte ist einmal voll von Arsch. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Wie könnt ihr die wieder weg stecken? Aha. So öffne ich das Menü. Können wir den nicht weg stecken, oder was? Ah, okay. I told you to hold on to them, Geordie. Where you been, anyway? I had to make a call. And you get what you need for Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the 8th, Chicago's ahead, game's almost over. We are out of time. Huh, nice shot. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Oh, yeah, true story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them, too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice? What do I look like? A chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Hey. Dick. Dick. Chicago Police. If there is anyone in here, identify yourself. Av, let me go. Okay. And then? Yeah, but I will see. Ah, then I have to go. Okay. 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 Right. Here. Definitely a Viceroy. Here's the weapon. Gunshot wounds. I got another corpse. Another Viceroy. I got another corpse. I can describe that. Why'd they have to pick the biggest game of the season to pull this shit? Trying to ruin it for everybody? Squad, we've got two bodies in the basement of May Stadium. Ha! 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Ah, he's 2. Profile, let's activieren. What? Oh, lol. That's a picture and it looks like he's on the other side. Yeah, that's a foul ball. What the fuck? Aber da ist die Maus so arschlanksam ey, das ist krass. Nope. Okay, jetzt sieben. Du musst, geh doch heil, ducken geht nicht oder was? Man kann nur in Deckung gehen. Tab benutzt die Maus um auszuwählen. Oh, Alter. Okay. All right, take the bait. Let's do bitte los, danke. Kauft regelmäßig Kleidung online, sehr interessant. Zugriff auf Konto. Boah, wenn die Maus nicht so arschlanksam wär. Tellsir ist nicht so schnell in den Namen wie das Arschlanksam. Okay. Guck mal nicht hacken. Auch nicht. Dann haben wir schon. Verbindung zu fixern. Verkehrs-Werkschaft. Okay. Nehmen wir mal Geld ab, boah. what? Schön ist das schon, geh. Bad Boy, polizei sind jetzt zu verstellen. Ich bin jetzt, wenn wir eine große Strecke machen. Ich will die Kraft und dann überprüfen. Ich will sie durch den Stadion zerbrechen. Ich dachte, du willst, dich von der Wigelung raus aus den News zu halten. Alles ist mit der CT-US mit einer sehr großen Feuerwehr. Jetzt muss ich aus dem Stadion rauskommen. Kannst du mich finden, der nahe Access Point zu finden? In der nächsten Runde. Wo du gehst, um jemanden mit Sicherheit zu finden? Die Sicherheit sollte man mit Sicherheit zu finden. All diese Kampfs, da muss jemanden sein. Hey, ist das Alan? Ja, ich bin. Du hast einen Plan des Evacuations? Natürlich haben wir. Gut, wir müssen es weitergehen. Wir werden nicht 40,000 Menschen evacuern, damit wir mit Cowboys und Indiens spielen. Aber du hast einen Isolation in der Basis, wir können die Basis nicht mit der Basis. Dieses ganze Ort wird mit Chicago-PD geöffnet. Das wird eine Panik. Wir müssen das Spiel abholen und die Leute sicherlich rauskommen. Oh, abholen sie ab? Ich kann nicht diesen Telefon machen. Dann kenne jemanden, der diesen Telefon kann, bitte. Okay, warte. Ja, gib mir Barry. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und tschüss.